Sanis hochwertigste Bio-Line-Öle mit vielen innovativen Gewürzen verfeinert. 55% wichtige Omega-3-Fettsäuren für den menschlichen Körper. Um die Sprungkraft der Muskeln, um die Elastizität der Zellen, um die Vitalität und Lebendigkeit zu bewahren. Bei regelmäßiger Einnahme von 2 Esslöffel Sanis Bio-Line-Öl sowie einem Teelöffel Sanis Bio-Sonnenblumenkerne Vitamin E werden Ihre Zellen elastischer, Ihre Haut und Ihre Augen strahlender, Ihre Haare glänzender. Durch erhöhte Einnahme von Omega-3-Fettsäuren wird Ihre gesunde Ausstrahlung erhöht. Durch die wichtigen, essentiellen Fettsäuren werden Ihre Sehnen und Ihre Muskeln geschmeidiger. Auch ein Spagat könnte dann wieder möglich sein. Sanis hochwertigste Bio-Line-Öle. Die DNA zeigt, welche Qualität Sie zu sich nehmen. Sanis Bio-Line-Öle. Für Ihre Gesundheit. Sanis Bio-Line-Öle. Für Ihre Gesundheit. Vielen Dank.